Musik Ja Leute, herzlich willkommen zum UEFA Supercup Champions League Sieger, Schalke 04 gegen Europa League Sieger, AC Mailand Auch da ein Wiedersehen mit allen Bekannten Joel Matip in der Innenverteidigung von AC Mailand Letzte Saison für 13 Millionen zu Milano gewechselt Wir heute im Blau wieder mal zu Gast im Santiago Bernabeu zu Madrid Da fahren wir in diesem Jahr öfter hin Im dritten Mal sind wir im Jahr 2014 dort zu Gast Einmal gegen Real Madrid, einmal im Champions League Finale Jetzt einmal im Supercup gegen AC Mailand Doch wie gesagt, dabei ein alter Bekannter mit Joel Matip Jürgen Draxen sieht jetzt mal gleich früh die gelbe Karte Bei uns in der Startelf die Neuzugänge Isco auf rechts und auf der sechster Position Der Abräumer Kevin Prince-Borteng Der ehemalige Milan-Spieler Also auch wir haben einen ehemaligen Spieler des Gegners in der Mannschaft Montolivo erstmal Der Deutsch-Italiener Montolivo-Borteng Klärt hinten Ruchida weit raus Renato Kriegt den Ball nicht angenommen Montolivo wieder, der Deutsch-Italiener Kapitän von Milano Charavi Auf Barotelli Da haben wir jetzt gar nicht die Taktik eingestellt Fällt mir gerade ein Dass der gedeckt werden soll Renato Nozzerino und Fossen Augusto, nochmal Fossen Isco Da ist er, der junge Spanier Isco Kommt nicht vorbei an Antonini Schade Isco soll ja die neue Soll ja den neuen Verfahren mimen Der kann nicht eins zu eins gesetzt werden Aber er ist so ein ganz eigener Spielertyp, der Isco Soll aber auch mit viel Schwung über rechts kommen Und Dribbling Fossen Fehlpass Montolivo Langer Ball auf Emanuelson Das ist hier noch eine Zugabe eigentlich Die haben wir super gehabt Das wäre noch ein zusätzlicher Titel, den wir hier holen können Der ist ja nicht wirklich Pflicht Montola, klasse Ballannahme Aber Fossen kommt dem Ball nicht entgegen Doch Montolivo war das Und da setzt Renato Augusto Ein bisschen zu sehr nach Sodass es Freistoß gibt für 18 Meiland Leider habe ich dafür keine Champions-League-Kümne drin Aber wir sind die im Patch nicht enthalten Für den Supercup Montola Fossen Und Montola nochmal Balotelli kommt nicht mehr an Boateng Gegen sein ehemaligen Kollegen Boateng zukünftig mit der 7 Fossen Oh, Fossen Hat er gedacht, Renato läuft mit Tat er aber nicht Hel Scharavi Gegen Ushida Scharavi Balotelli Kirchhoff ist da Sehr schön Heute zusammen mit Papadopoulos in der Verteidigung Eine ganz neue Verteidigung Zuletzt im Pokal Montola Bleibt hängen Ushida Hat mich für den fitteren Kirchhoff entschieden In der Verteidigung Neben Papadopoulos Fossen Augusto Montola ist es ja Montola auf Draxler Und da war sie Die erste Riesenmürdigkeit Für unsere Schalker Mannschaft Hier Im Supercup-Finale Entführung zu gehen Der Champions-League-Sieger Gegen Europa-League-Sieger Scharavi Kirchhoff ist wieder da Und Montola Nochmal Isco Mit viel Tempo Isco Tempo Lüblinge Flanke An Kebi War das eben? Habe ich nicht richtig gelesen Emanuezzon Langer Ball Kirchhoff ist wieder da Nochmal Augusto Schlechter Pass Nocerino passt auf Emanuezzon Nocerino Langer Ball Balotelli Parada Poulos ist da Und Ushida auch Fossen Untela Untela gegen De Jong Klaasian Untela Traumtor mal wieder Vom Kapitän 1-0 Schalke 36. Minute Klaasian Untela Nicht angegriffen De Jong Setzt sich wirklich nach Und der Innenverteidiger Greift gar nicht Das Arme Untela mit links Ein Strahl Nicht mal ein Strahl Gefühlvoll in den langen Winkel gehoben Klasse Ding Und 1-0 Führung für Schalke Klaasian Untela Fossen Ball gespielt Ne Er gibt Freistoß Oh Das hätte ich jetzt nicht gedacht Ich hab auch gesagt Dass er Ball gespielt hat Gibt da Freistoß für Schalke Und wieder Klaasian Untela an Ja Weit drüber Nicht gut gelöst Von Vom Hunter Muss leerer Tor von Milano De Jong Kirchhoff Für die Liga Muss leerer Lange Abschlag Draxler Abgeblockt Abate Emanuel Nilsson Isco Motivieren wir mal Nicht ganz in Form Auch Renato Gusto Motivieren wir Genauso wie Kevin Prince Boateng Der muss ja richtig Motiviert sein Gegen den Ex-Loop Und dann kommt ja Frische von 100 Papadopoulos Okay Äh Wen können wir denn noch hier Ein bisschen Pfeffer geben Ushida Und Büttner Einen haben wir noch Darf der Assistent sie aussuchen Die hat Isco gekriegt Die Massage Okay Philipp Hofmann kommt rein Für die alle Fossen Stürmerwechsel Fossen Sehr erschärft Wird geschoben Für die Liga Start Emanuel Zorn Ja wir können uns im Spiel Gehen Arzemaier im Supercup Äh Uns erlauben Einen zu schonen Obwohl er eigentlich noch nicht feststeht Wer ja wirklich Nehmen wir unter der Stürmer wird Eigentlich hat Eigentlich ja Fossen Hofmann der Backup Aber Das entscheidet sich ja noch Und vielleicht kommt Geht ja noch was mit Aubameyang Mal schauen Hofmann Da ist ja gleich gut Verteilt den Ball Isco Boateng Sucht Hofmann Hofmann raus Auf Isco 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 hat den Ball noch Isco Gut gespielt Boateng Da ist wieder Hofmann Hofmann müsste raus spielen Ne spielt er nicht Huntela Huntela Und Musler Klär Klasse Aus der Nahdistanz Hat er den gut gehalten Huntela Muss den aber natürlich Muss den aber auch Machen Boateng gegen Balotelli Balotelli setzt sich tatsächlich durch Kirchhoff Klasse Nocerino Boateng fängt wieder den Ball ab Draxler Huntela Da haben wir wieder Isco Auf Hofmann Hofmann Schade Hätte doch sich anders rumdrehen sollen Aber Schalke wieder im Wahlbesitz Huntela auf Hofmann Der Ha-Ha-Sturm Verstehst du? Ha-Ha Scharabi Kriegt den Ball nicht vor der Auslinie So gucken wir mal Müssen wir noch was wechseln? Ja wir können Vielleicht noch jemanden schonen Und zwar Sudo Ushida auch nicht unbedingt Ah doch Für Ushida bringen wir mal Benni Höwedes rein Wollen wir mal gucken wie sich die Variante mal lohnt 16 Minuten Halbe Stunde Darf sich Benni Höwedes mal Auf der rechten Seite austoben Mal sehen wie er sich mit der Variante zufrieden gibt Georgi Garix nicht im Kader heute Dann Boateng Sehr gut Isco Höwedes Nochmal Isco Hofmann Spielt hinten rum Gut gelöst Renato Hofmann Jetzt links raus Rechts raus meine ich Huntela Huntela Schön gesehen dass Isco da ist Isco Oh Aus dem Fußgelenk Huntela Oh Die muss er doch machen Jetzt fangen wir an schön zu spielen Aber wir führen nur 1-0 HC Meiland kann jeden Moment zurückkommen Das ist ja das Problem Aber Werden wir sehen Muslera Langer Ball nach vorne Organato Augusto Und Dillard kommt dran Dann wieder Augusto Ah Hofmann kommt dem Ball nicht richtig entgegen Aber den hätte er glaube ich auch nicht gekriegt Boateng Gut geholt den Ball Und gleich weiter gespielt auf Isco Unsere Millionen Zugänge Isco Wird gestoppt von Antonini Regel Nicht regelkonform Gibt Freistoß Für Schalke Ausgeführt von Höfe Das müsste das sein Jawohl Schlägt den Ball auf Renato Augusto Der verlängert Fast durchgekommen Philipp Hofmann Und Emanuel Zon Direkt geflangen Die Flanke Kehlinghoff fängt ihn ab Raxler Und Huntela Hofmann Hofmann gegen Nacerino Hofmann setzt sich durch Hofmann Schöner Schuss Muslera kann nur noch vorne abklatschen lassen Schade dass da keiner mehr gelaut hat Von unserer Seite Höwedes macht das gut Und wieder Isco Renato Isco Und wieder Renato Gut gelöst Renato Hofmann Hofmann Schade Philipp Hofmann Höwedes fängt immer wieder ab Schalke Spielt ein klasse Spielt ein klasse Supercup Isco Nochmal Augusto Nochmal Hofmann Grof Emanuel Das muss es doch sein Na meine Güte Im Textmodus haben wir sonst so viele Chancen liegen gelassen Im 3D-Modus Selten Und jetzt sind wir im 3D-Modus und lassen Chancen liegen Foul von Höwedes So jetzt gibt es den letzten Wechsel für Isco hat eine gute Leistung gebracht Kommt Christian Clemens in die Partie auf die rechte Seite Und da kommt Joma Traore Für Nocerino rein Und jetzt bei uns wie gesagt Christian Clemens für Isco Letzte Viertelstunde Na gut Letzte 10 Minuten Scharabi mit der Flanke Boateng ist da Und Huntela Oh Wird gestoppt da Von Nigel de Jong Dem ehemaligen Hamburger Und Manchester City Spieler Und Alberto Paloschi kommt für Mario Balotelli Neuer Stürmer also vorne rein Boateng Äh Papadopoulos Lag kurz gespielt auf Kirchhoff Clemens Schlecht gemacht Clemens kommt ja als holländischer Meister zu Und Simitven der Endskedemeister geworden Foul von Höwedes Zieht auch gleich die gelbe Karte für Benni Als rechter Verteidiger muss man ein bisschen Wird man vielleicht ein bisschen langsamer was Gucken wir mal Ja Na ja Da kam man ein bisschen zu spät Benni Muss man aber glaube ich nicht zwingend gelb für geben Für die Stink Von der Mittellinie aus Freistoß also Martip Traore Abseits Gefiffen vom Schiedsrichter Und Artem Orage im Tor von Schalke Hatte bislang wenig zu tun Langer Ball Draxler kommt nicht entgegen Montolivo Und nochmal Emanuel Zon Emanuel Zon Poloschi Papadopoulos steht sicher Und da war ein Spiel Von Nigel de Jong Wurde da von Kirchhoff wieder angeschossen Nochmal Wechsel bei Milano Für Martip kommt De Siglio Und gleich ist es soweit Gleich sind wir Auch Supercup-Sieger Wie es aussieht Draxler Montolivo Renato Draxler nochmal Montolivo Nochmal ein Eintraggriff Hofmann Hofmann gut rausgespielt Auf Clemens nochmal Clemens Der kann gut flanken Macht er nicht Renato Sollte Hofmann nochmal Fehlen Aber es ist egal Wir sind Supercup-Sieger Nach dem Champions-League-Sieg Also Auch Supercup-Sieger Gegen den Europa-League-Sieger AC Mailand Der nächste Titel Der nächste europäische Titel Für unsere Schalker-Mannschaft Der zwar glaube ich Nicht so Äh Wie sagt man Nicht so viel Rang und Namen Hat wie der Champions-League-Titel direkt Aber Mit dem Supercup-Titel Haben wir nochmal bestätigt Dass wir momentan Die Könige Europas sind Leute Das müssen wir jetzt aber auch In der Bundesliga Bestätigen Gegen Gladbach startet sie Die Bundesliga Zuhause in der Fernseh-Arena Gegen Borussia Mönchengladbach Also Klasse Tor von Klasse Und Huntelaar Sehen wir uns gleich nochmal an Und dann geht es gleich weiter In der Nachbetrachtung Ja Leute Da sind wir wieder 1-0 Erfolg Im Supercup Im UEFA Supercup Gegen AC Mailand Der Champions-League-Sieger Schlägt also auch den Euro-League-Sieger Fernandemus-Lehrer Im Tor von Milan Der beste Mann Der hat auch richtig stark gehalten Muss man sagen Wir hatten ja richtig gute Chancen Aber Huntelaar Hofmann gleich 2 Stück Auch Renato nochmal Und Kirchhoff hinten Aber bester Mann Hat alles abgeräumt Was er abzuräumen ging Der macht also Einen richtig guten Eindruck Bislang hier Für die Innenverteidigung Zusammen mit Papadopoulos Der ja auch richtig stark war In diesem Spiel Der Checker 80 Also Steve Price Und Höwedes Müssen sich erstmal mit der Bank begnügen Höwedes auf der Rechtswetterposition Heute gespielt Ja geht Geht Also ich denke Wenn er da öfter mal spielt Dann wird er auch Richtig gut reinkommen Da gucken wir Insgesamt 75 Na ja Ich denke Wenn er es in der Hauptposition Will Dann kann er doch Besser spielen Isco auch gute Leistung gebracht Seinem nächsten Flichtspiel Von Anfang an gespielt Deswegen kam Kann der Herr Clemens rein Philipp Hofmann Zur Pause reingekommen Für Jelle Fossen Hat das auch gut gelöst Da Auch wenn er jetzt Einen Punkt schwächer geworden ist Das lag natürlich an seiner Form Wir müssen uns überlegen Wer wird das spielen lassen Jelle Fossen Oder Philipp Hofmann Im Sturm Er ist verletzt Fossen Eine Wadenprellung Natürlich ärgerlich Statistiken Schauen wir rein Oh Waren doch mehr Milan-Fans da Als Schalker Ansonsten ging das nicht klar Wir hatten neuen Chancen Also Da haben wir Mailand Wirklich vorgeführt Das sieht richtig gut aus Was die Bundesliga-Stadt angeht Hauptsache Wir bestätigen diese Leistung Auch in der Bundesliga Fußball von der Straße Sind wichtiger Als studierte Trainer Ja Gut Kann man natürlich auch so sagen So Warum hat Steve Price noch nicht gespielt Ich wollte ihn schon Mehr kann man dazu nichts sagen Aber Ja Im Moment sieht es ganz nach Kirchhoff und Papadopoulos aus Weil Kirchhoff eben Eine ganz starke Leistung gebracht hat Und Papadopoulos eben so Also da gibt es momentan Keinen großen Grund Was zu ändern Was den Supercup anging Das ist natürlich schade Weil ich ja auch mit Price Weil ich Price auch fest eingeplant hatte Aber Gut Supercup ist ausgetragen worden Wir sind Supercup-Sieger Der UEFA Und es sind sogar gleich 64.000 Zuschauer erwartet Fürs Spiel Wird wahrscheinlich ein bisschen ausgebaut Wurde automatisch ausgebaut Bin mal gespannt Was es wird Ich weiß nicht warum es hier nichts kommt Hier ist ja alles bestätigt Jetzt stockt der Kurs Ich denke jetzt geht es weiter Genau Elefossen Okay Manager Level auf oder was Ne Titel Ja Der nächste Titel Nach der Champions League Also auch den Supercup geholt Klasse Am 25.08.2014 Nur knapp Drei Monate Nach dem Champions League Erfolg Also Der Erfolg im Supercup Hier Elefossen Fällt aus Drei Tage Ich hoffe er wird Ja gut Bis zum Ligaspiel Wieder fit sein 5 Millionen Euro Da haben wir Zusatzeinnahmen Eingenommen Klasse Scouting abgeschlossen Von diesen Mannschaften Wir schauen nochmal rauf Wem wir vielleicht als Stürmer holen könnten Denn Ja An der guten Ich Jakunan Wäre dann schon Richtig guten Hier Holger Batsch Auf jeden Fall Müssen wir auch nicht haben Christian Gentner Schalanoglu Neustetter Äh Boah Gucken wir mal nach Was es noch an Stürmern gibt Was man hier noch anbieten kann Natürlich nicht Vereinslos Da Alles klar Sturm Was bietet man uns da noch so schönes an Jetzt habe ich auch Stärke 990 angegeben Jetzt können noch ein paar Kracher bei sein Aber gut Wir haben noch 15 Millionen Transpare Budget Jetzt haben wir noch Klassien Hunde Okay das ist klar Edison Cavani Ist auch ein bisschen teuer für uns Die auch hier Borini und Falcao Jetzt haben wir eine Laie Für Mario Gomez Bayern möchte gerne Mario Gomez verleihen Was sagt man denn dazu Aber ich finde den Der passt zu uns überhaupt nicht Sonst wäre es natürlich interessant Bafetimi Gummis Haben wir noch einen Gomez Aber nicht verfügbar Steht da ne Ja Was haben wir hier noch Jovetic Und Liayic Mario Mandzukic Esharavi Matri Ruh Zlatan Ibrahimovic 8 Millionen Mark wird nur noch Pazzini Schuarez Miradas Jelavic Hernandez Der ist Heuminson Auch zu teuer für uns Quagliarella Muss nicht sein Lavesi Auch nicht Jetzt haben wir noch Gignac Der ist natürlich auch nicht schlecht Ein kleiner Starker Franzose Gut so klein ist der auch wieder nicht 1,86 André-Pierre Gignac Franzose Wir sehen wie viele Tore 99 Spiel Jedes dritten Spiel Ein Tor macht er Letzte Saison 20 Spiele 9 Tore Davor 15 Tore Auch ein interessanter Mann Gignac Guck mal wie viel Marktwert hat er denn 9 Millionen Wäre machbar Jermaine Defoe Luc De Jong von Gladbach Werder Ibizovic Ist nach Leverkusen gegangen Lukas Brodolski Wäre da noch Aber das haben wir Andy Carroll Wäre so ein Stürmertyp wie Hundeleier Papi Cissé Scott Sinclair Olivier Giroud Bastos von Wolfsburg Stefan Kiesling Muss auch nicht unbedingt sein Weil dann kommen schon wieder so schwächere Bojan Kricic Werde noch einer Alberto Palocci Der wurde eingewechselt da Bei Milano Hier wäre Pierre Mick Aubameyang Der kann Der will nicht Schade Gamero Agbon Lahore Gabriel Agbon Lahore 1,80 groß Obwohl das auch nicht wirklich die Variante ist Warum geht Aubameyang denn nicht? Können wir Lion-Grund vielleicht machen? Zu Welf of Steam Ja, können wir denn Spielertausch machen? Ne, ich nicht interessiert Adam Sala Ja gut, der ist ja nach Hamburg gegangen Emmanuel Elineke Nur Laie Die wollen sich schon wieder ausleihen Der ist doch gerade erst gekommen Zu Hannover Was haben wir denn? Shane Long Fraser Campbell Lisandro Lopez Roselu Irgendein Dior Ne, das sind alles Spieler Die wir nicht wirklich brauchen Jan Schlauer Phil Krug Moura Yilmaz Tim Matausch Bekannt vom Baumi Ist natürlich ein guter Ob wir den jetzt wirklich als Backup holen sollten Das ist auch eine Frage Chip in America Spielplatz bei Pireus Guck an Seit wann das denn? Seit 1913 Ein Spiel Ein Tor hat er da erst gemacht Warum hat er erst ein Spiel da gemacht? War er verletzt? Nö Komisch Warum hat er erst ein Spiel gemacht? Das ist ja echt merkwürdig Tö Und sonst haben wir noch Franco Di Santo Darren Band Ashkan Di Jaga Niklas Wendner Obwohl das auch wieder Ja so ein großer Spieler ist Den man nicht unbedingt zusammen Mit Huntela auflaufen lässt Gleicher Spielertyp wie Ein Hofmann Und Huntela Oder eher wie Hofmann Hanke Arthur Sobjerg Irgendwie Ist da nichts bei Ein bisschen Zeit Ein kleines bisschen Zeit haben wir noch Ich hoffe ja eher noch auf Pierre-Emerick Aubameyang So was haben wir hier? Kölner Genau So Seat Kolasinac Kolasinac Egal wie man aussprechen will Kolasinac soll dahin ausgeliehen werden Soll er auch machen So Sven Lankowski Trainer von Borussia Mönchengladbach So Circularität wird ausgeliehen Draxler früher über Neuverpflichtung Aha Jetzt auf einmal freut er sich Nicht über Isco Sondern über den Über Deulofeu Aber jetzt der Vertrag Nummer 27 Kann er gerne haben Website Enttäuschende Vorstellung War es denn? Ah Viel, viel Moralpunkte Werden wir gleich mal begrüßen Dann ist er wieder glücklich So kommen Gibt es 110% Aber Deulofeu Ja Ist gerade eine Position Die wir nicht gerade brauchen Deswegen Mal gucken Würde ich ihn schon ganz gerne Verleihen Für die Saison Deswegen haben wir ihn auch Mit Optionen ausgeliehen Mit Mit Optionen geholt Für Verlängerung Das wird noch ganz fix Über die Bühne gehen Das Leihgeschäft Ja Für eine Million Kann er gerne Verliehen werden Deulofeu Das geht natürlich nicht gerade In die erste Liga England Liverpool sucht sogar Gucken Würde er da spielen Gucken wir Suárez Scott Sinclair Ja Der wäre sogar die bessere Variante Ist doch gut Gucken wir noch woanders hin Da können wir erst mal anbieten Wird sich melden Dann können wir immer noch einen anderen Suchen für ihn Da wird er auf jeden Fall Vielleicht sogar mehr zum Einsatz Kommt aus mit Barcelona Sowieso England haben wir geguckt Frankreich Paris Saint Germain Wird er da spielen Ja Auch gute Spiele dabei Natürlich Aber Ich glaube nicht Beste war in Italien Sucht keiner einen unbedingt Da auch nicht Also lassen wir es Bei Liverpool Deulofeu Also wird sofort Weiter für ihn Bei uns haben wir momentan Kein Kein Beuteschema dafür Das heißt Beuteschema Aber kein Platz für ihn Wir brauchen eher noch einen Stürmer Den filmen wir auch nicht so schnell Das ist ja der Mist Haben wir noch einen im Blickfeld Außer Nolan Ruh Nolan Ruh Wäre natürlich eine teure Variante 85 Spiele 63 Tore Da hat er 25 Tore gemacht 32 Tore Also das ist ein richtiger Go-Getter Nolan Ruh Aber im Jagen wird wirklich nichts Ne Zuwerfer fürs Team Schade Das ist natürlich richtig Mies Gerade Die Einstellung Ja die Einstellungen sind noch drin Mario Gomez wäre natürlich auch Eine billige Variante Auszuleihen Den aber Ich wollte ja noch mal Piazzon gucken Den müsst ihr ja bei Freiburg spielen Den sollte ich mir ja mal angucken Auch noch Ja ist auch nicht schlecht Aber Sturm brauchen wir Komplett im Sturm brauchen wir Gucken wir mal in die Bundesliga Was es da noch so für Stürmer gibt Lüc de Jong Lapa Hanke De Camargo Nicht wirklich das Was man braucht Bei den Bayern Sturm Gomes zur Leihe Manzu geht's gar nicht In der Startelf zur Zeit Weil Gomes halt stärker ist Stuttgart Stuttgart Burajilmaz Harnik Kann auch Sturm spielen Wenn er eingespielt ist Natürlich Und wenn's wäre er was für Außen Und dann haben wir noch Mitroglou Wäre auch nicht wirklich die Variante Die man sich vorstellt HSV haben wir Son Salai Berg Rudenevs Na gut Auch nicht wirklich die Bombenspieler Maximilian Beister Kann glaube ich auch Sturm spielen Wenn er eingespielt ist Natürlich Hannover hat Sobiech und Emineke Stefan Reinhardt haben sie auch Meine Güte Jakunan und Juv Naja Leverkusen Hat Kiesling Ja Und Ibizovic Werder Völkrug Wow Akpala Uns haben die auch nix Wolfsburg hat Dorst wie gesagt Rasmus Jönsson Hoffenheim Ne Freiburg haben wir gesehen Hier haben sich Lausogga geholt Lautern Eintracht Frankfurt Lackic Fürth hat auch nicht wirklich die Stürmer Nürnberg genauso wenig Oh Clemens spielt Philipp Clemens spielt sogar Meine Güte Richtig gut gewonnen Nach der Laie von Hansa Was? 15 Spieler ein Tor Hat er gemacht Mainz Klasnitz Uja Was haben wir noch? Irk Winter Und Köln Hat schon These Wo das auch nicht wirklich Erst die Reifen sind die Stürmer hier Oh Gott oh Gott oh Gott Ich weiß nicht was man sich heute als Stürmer holen soll Mario Gomez Jetzt ist er auch gar nicht mehr zu verleihen Jetzt ist er nicht mehr da Okay Gehen wir mal noch hier Suchkriterien Markwert ein Höchstens Oh Höchstens 10 Millionen Markwert Sind denn auch die Hä Hallo Stürmer Stürmer Ach mindestens 10 Eieieiei Höchstens 10 Millionen da wollte ich hin Go das haben wir hier Rodrigo Romis Matri Bremovic Fred Pandev Koliarella Steven Fletcher Was haben wir noch? German Defoe Ibizovic Eda Polos Brrrr bringt uns alles nichts weiter Zerrate Aber mehr an Kanten geht nicht Kevin Gamayro Agbon Lahore Matos Jemineke ist auch ausgegeben Das ist so ein Quatsch Zalai Zalai wäre jetzt natürlich eine Möglichkeit Aber den haben wir abgegeben an HSV Die haben wir die Kaufhuzung genommen Ne da ist nix bei Da ist echt nix bei Was mich so ansprechen würde Ich meine klar man kann sich irgendwelche holen Aber man weiß ob die auch wirklich gut sein würden Franco Di Santo Die haben sich ja Werder Bremen geholt 1,94 groß Auch wieder so ein Riese Carlton Cole Ashkandi Jaga Longo Fran Niklas Bentner Wäre natürlich auch wieder eine Möglichkeit Niklas Bentner Aber ob das wirklich was bringt Ist die Frage Ob der hier glücklich wird Jetzt bei Arsenal auf der Bank Und bei uns sitzt er auch auf der Bank Also Vielleicht mit einer Laie Da können wir glaube ich am wenigsten falsch machen Mit einer Laie wieder mal Aber die wollen ja nur verkaufen Geld haben wir 15 Minuten zur Verfügung Ich plane ja mit Fossen Hofmann Ich plane die auch ganz gut Eigentlich will ja keinen Topstar holen Da im Sturm Sonst hätte ich ja schon längst bei NoLenRu angebissen Ich plane ja eher mit Fossen Oder wir sehen mal wie es läuft Ich würde sagen Allein kämpfen wir ja Bentner nicht Scheiß Dann werde ich von euch mal wieder aufgefressen Wenn ich irgendwas falsch mache Jetzt wieder Obwohl es eigentlich meine Meinung ist Ich glaube ich hole Bentner Ich glaube ich werde Bentner holen Da gehen wir ein bisschen runter 6 Millionen höchstens für Arsenal Aber wenn ich das jetzt mal ganz zu überlegen Also zu viel wäre ich für sieben Millionen Wäre ich für den nicht ausgeben Dafür ist er ja auch mittlerweile nicht mehr stark genug Und deswegen gehen wir jetzt immer weiter So was habe ich jetzt Champions League Quali Interessiert glaube ich auch nicht wirklich so Mal schauen was sie sagen Zum 6 Millionen Angebot für Niklas Bentner So Freiburg der gewinnerte Vorbereitung Wir sind so ja 13 neue Na gut das kommt auch eher Durch die Leihspieler und durch die Zweitspieler der zweiten Mannschaft So was haben wir noch 8 zu 0 2 verloren Na ja gut HSV der Verlierer der Vorbereitung auf jeden Fall Ich weiß gar nicht wie viel geschrieben wir verloren haben Weiß ich jetzt gar nicht mehr Stellen wir süß dem Vertragsangebot ab Ist auch schön Für besseres Angebot sollen wir vorlegen 6 Millionen Sagen wir 5% im nächsten Weiterverkauf Und dann machen wir ein Torprämie rein hier Wenn er 20 Tore erzielt Dann kriegen sie nochmal eine Million Oder 1,5 So Dolofio an Liverpool Eine Million Leitgebühr Vertrag unterzeichnen wir So Liga-Fakten Zur Saison 2014-2015 Da gucken wir uns auch gleich das Liga-Heft noch an Die Besten sind die Bayern mit Stärke 901 Wow Die Schlechtesten Köln Der Aufsteiger die Jüngsten mit 23,7 Jahren im Schnitt Der SFC Nürnberg Die Ältesten mit 26,6 Jahren im Schnitt Hannover 96 Höchsten Marktwert hat Bayern mit 340 Millionen Hier nächster Marktwert mit knapp 27 Millionen Köln Die Besten Spieler Manuel Neuer der Beste Spieler der Liga mit Stärke 86 Der Jüngste ist Martin Owing Fast 16,5 Jahre alt Vom FC Bayern Der Älteste ist Milora Pekovic Mit Stolzländer von 37 Jahren Wird seine Karriere Beenden Wird danach als Trainer arbeiten Jetzt Rostocker ja ne Höchster Marktwert in der Liga hat Toni Kroos 415 Millionen Die meisten Spieler der 1. Liga hat Momentan Raphael Schäfer Mit 24 Bundesligaspielen Die meisten Bundesligatore in dieser aktuellen Saison Hat Mario Gomez mit 153 Toren Und dann schauen wir mal Transferbilanz Die Bundesliga hat insgesamt 65 Millionen Euro mehr ausgegeben Als sie eingenommen haben Die positivste Bilanz hat der VfW Wolfsburg Die haben 17,1 Millionen plus gemacht Die negativste Bilanz haben wir Wir haben 28 Millionen Euro investiert Irgendwie sind sie miese gemacht Ja Aber nach den 2 Plus Jahren War es auch mal Zeit Dass wir mal wieder ordentlich was einkaufen Und zwar wir haben auch ordentlich zugelangt Wir sind nämlich bei den Täusern und Zifers dabei Kevin Prince-Boateng für 22 Millionen geholt Isco für 20 Millionen geholt Dafür haben wir auch Verfahren für 18,5 gehen lassen Und Jeffrey Äh Guvileov Zu den Bayern Innenverteidiger Für 19 Millionen Also wir haben Isco für 20 und Poateng für 22 Millionen geholt Das sind die Liga-Fakten 14,15 in der Bundesliga So wir tippen mal Wir tippen mal die oberste Variante Da tippen wir ganz oben die Bayern Tippen mal auf Platz 3 Dortmund Platz 2 Ne wir tippen uns auf Platz 2 Das wäre schon ein schönes Ziel Schauen wir mal dahinter Da kommt nicht viel So Da tippen wir mal noch Stärke ein Ich sag Köln steigt wieder ab Werder Bremen Freiburg Fürth schätze ich dies als Absteiger ein Hoffenheim auch Relegation So das ist so ungefähr meine Schätzmarke für die Bundesliga So wir haben Angebote Norwegen oder Weißrussland Ne Nationaltrainer reizt mich Nicht wirklich Dann schauen wir gleich mal ins Saisonheft rein Die Bundesliga Wir werden uns das erste Heimspieler nicht im 3D-Bus anschauen Das werden wir uns Im Textmodus können Haben wir schon 2-3D-Spiele gehabt Im Pokal Und im Supercup Auf jeden Fall haben wir uns verbessert Mannschaften stärklich hier 868 Das ist schon eine Marke Jetzt gegen Gladbach Eröffnungsspiel Bayern Eröffnet die Bundesliga mit Dem Spiel gegen Werder Bremen Wir wie gesagt gegen Gladbach De Jong Wird nicht spielen Und Leo Kusenki Stuttgart Auch dafür Thiago Neves Der Star So Erster Spieltag Geht los Und dann schauen wir mal Ins Saisonheft rein Ne Nicht Website Ins Saisonheft Wollte ich gerne schauen Da haben wir es So Bayern Die Menschen mit Robbenmüller Gomez Kein Neuzugang In der Startelf Hier Die haben ihre gute Mannschaft gefunden Transfers Der teuerste war Röwleff Reinhardt haben sie schon wieder gehen lassen Nach einem halben Jahr glaube ich Ja so ist es Nach einem halben Jahr Haben sie Reinhardt für 11 Millionen gehen lassen Nach Hannover Abgegeben Dann haben sie auch wirklich nur Äh Gouvellueff geholt Abgegeben haben sie Viele aus der zweiten Mannschaft Und Stefan Reinhardt eben Ansonsten Alles zweite Mannschaft Diese abgegangen Die haben sich nicht viel verändert Dortmund Was haben die alles angekauft Schauen wir mal ins Team rein Da haben sie glaube ich Gar keinen geholt Die spielen so wie sie spielen Mit Lewandowski Mit Reus Mit Leitner sogar Im offensichtlich Mittelfeld Mit Götze Schahin Bender Schmelzer Hummel Zubutic Castro Bein verlassen Und eine gut starke FD Dortmunder Hat Transfers Ja geholt haben sie wie gesagt Kein Dux haben sie verkauft Für eine Million an Gladbach Ginczek ging ablösefrei nach Graz Und Patrick Herrmann haben sie wieder ziehen lassen Nach Gladbach Für 5 Millionen Geholt haben sie damals für 8 Ist nicht wirklich gut gekriegt worden Auch wenn er 30 Spiele machte für Dortmund Eigentlich noch 17 in der zweiten Mannschaft Gut er war 2012 gleich hingewechselt Gleich in der ersten Saison hat Dortmund sich einen Herrmann geholt So dann haben wir noch Ja mehr haben wir eigentlich nicht hier Was noch da ist Schauen wir noch auf Stuttgart Was haben die Yilmaz klar im Sturm Was haben die so geholt Sergi Gomez aus Rostock Für knappe Millionen Euro Da wird sich Hansa ja freuen Was sie da kassiert haben Hansa hat die nämlich Abnöse freigeholt Gab von Barcelona 16 Spiele hat er bei Hansa gemacht In der dritten Liga Gleich in die erste Liga zu Stuttgart gekommen Erich Berko haben sie an uns abgegeben Auch Timo Werner Der Spieler ist bei uns Bislang ein Tor in der zweiten Mannschaft So ansonsten Der HSV Hat Enrique geholt Giefer fürs Tor Adler haben sie erziehen lassen Hannover War eben Emi Neke 7 Millionen von Spartak Moskau Hagi für 7,5 Millionen von Stuttgart Und Edison Jodaro von Hansa auch Für eine knappe Millionen Also Hansa hat ordentlich fehlen lassen Da in der dritten Liga Edison Jodanoff gekommen dort Und Reinhardt haben sie auch geholt Abgegeben haben sie auch Ja doch Enrique An den HSV Makun nach Lille Für 6 Millionen Also das sind ein paar Ganz fest gewesen Schauen wir mal auf uns Was steht hier bei uns denn drin Für unsere Aufstellung Wie wir spielen werden Das ist natürlich totaler Quatsch Hier irgendwie ne Boateng hier hin So müssen wir aber Isco und Boateng stehen Beide in 11 Klar die müssen Die spielen auch Gucken wir mal auf unsere Superlative Der größte ist Jan Kirchhoff mit 1,95 Der kleinste Uschida mit 1,76 Der schwerste Unser Keeper Arthur Morage Mit 90 Kilo Die er da schmeißen muss im Tor Der leichteste Uschi Mit 72 Kilo Der älteste Timo Hildebrandt Der routinier Als dritter Torwart 35 Jahre alt Der jüngste Leon Goretzka Mit 19 Teuerste Transfer ist Kevin Pinsboateng Mit 22 Millionen Euro Der treueste Benni Höwedes seit 2001 In der Mannschaft Der erfahrenste Timo Hildebrandt 287 Bundesligaspiele Stehen auf seinem Konto Der gefährlichste Klassian Hünteler 86 Bundesligatore Hat dafür Schalke erzielt Transfers Ja da haben wir Einige Abgänge Einige Abgänge Hermin Pijakic Doido Feo Als Allei Verfahren ging Serge Napri Ausgeliehen Geholt und ausgeliehen Hanschen Ausgeliehen Holbeck Ausgeliehen Kampel Geholt und ausgeliehen Der wird gleich spielen Glaub ich Den Klappen Klingenburg Abgegeben Kolasinac Nach Köln Ausgeliehen Max Nach Augsburg Ausgeliehen Max Meier Nach Lautern Ausgeliehen Salai Nach HSV Verkauft Und Rolski Auch Verkauft Also Da haben wir Einige Abgänge Ein paar Neuzugänge Haben wir natürlich auch Gucken wir mal In der Übersicht Unsere Neuzugänge An Kevin Pinsboateng Für 22 Geholt und sofort Für 1 Million Ausgeliehen Serge Napri Haben wir Ablösefrei Geholt und auch Ausgeliehen Ne für 2 Millionen Haben wir den Geholt Isco Haben wir Geholt Und Kampel Er schickt Gleich die Leihgebührterin Die jetzt Sind Kampel Steht Da in der Startelf Bei Gladbach Status Momentan Nicht spielberechtigt Oder wie Was soll das Denn heißen Gucken wir mal Rein hier Bei Gladbach Kann man das Fix mal Kampel Ist er Hier Da ist er Gucken wir mal Das Team Steht nicht In der Elf Da ist er Da steht Keine Spielerlaubnis Warum hat er Keine Spielerlaubnis Das ist ja mal Sehr doof Warum darf er Nicht spielen Er kam Aus Österreich Deswegen brauchen Er Spielerlaubnis Oder wie Leute helfen Mal Der Kampel Muss auch spielen Den haben wir Nicht umsonst Ausgeliehen Dahin Warum darf er Nicht spielen Da müssen Ich Das war es Nicht für heute Nein Saison Fotos Ja gut Da ist natürlich Nix drin Wir machen die Aufstellung Fürs Lappbach Spiel Jetzt Oldridge ist Im Probetraining Sogar Durch stärker Geworen Achso Wegen links Rechtsaußen Sturm Ist er Anders So wer Krutscht denn In den Kader Heute In der Startelf Lassen wir mit Kirchhoff und Papadopoulos Price erstmal Auf der Bank Büttner Uschida Neustädter Bleibt im Kader Clemens Goretzka Ne Der Kader Bleibt so So werden wir Spielen Schauen wir noch Fix in die Taktik rein Einsatz Bleibt so Ja Müssen wir mal schauen Okay Ich bin gerade Total durcheinander Gerade Entschuldigung Weil ich auf die Musik Ein bisschen geachtet Habe eben Wir werden spielen Über die Flügel Vor allem Über Isco Und Draxler Pressing 60% Ist in Ordnung Anwendung So Boateng Aggressiv Das ist natürlich Ganz klar Der muss Spielen Dribbling Und Bälle halten Und Bälle halten Soll er auch So Isco Klar Dribbling Steil gehen Vorstöße Soll er das öfter Mal wagen Flankenhäufigkeit Auch immer Auch immer Und das ist gut so Fossen Ball halten Steil gehen Ist in Ordnung Gut Die anderen müssen Da nicht alle stürmen Laufwege Isco Klar geht Haben wir gesehen Haben wir gesehen Abwild erreicht Trainingsziel Höchster Form Gewinn Bei Mike Stang Hinweis Alexander Büttner So warum Darf Kevin Kampel Bei Gladbach Nicht spielen Warum hat er Keine Spiellaubnis Das ist die Große Frage Von heute Erstmal Danke Für so Schauen Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao